hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen info video ja ich bin gerade nicht in der lage aufzunehmen lust hätte ich schon aber hab die zeit nicht familie geht halt vor ich denke mal donnerstag freitag so geht es weiter mal schauen nur als kleines info video alles klar ciao euer muka